Ich habe einen Spezi getroffen und dem ist eine Fee erschienen. Dann habe ich gefragt, ja und? Dann hat er gesagt, er hat einen Wunsch frei. Dann habe ich gesagt, ja und? Dann hat er gesagt, entweder ihr kriegt ein größeres Hirn oder einen 30 cm langen Zipfel. Dann habe ich gesagt, und was hast du genommen? Dann habe ich gesagt, jetzt weiß ich es nicht mehr. Ich bin der Mädel und in Engelsberg bin ich daheim. Direkt neben Friedhof, ruhige Lage. Und ich würde mich freuen, wenn ich 2017 Witze-Meister werden würde. Führt euch und bleibt gesund.